Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit von Tobel. Heute sprechen wir über Pfizer. Der US-Pharmakonzern hat diese Woche zwei wichtige Meldungen gemacht, unter anderem eine spannende Übernahme und die vollständige Zulassung des Corona-Impfstoffs. Was das für Anleger bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit David Hartmann von von Tobel. Herr Hartmann, lassen Sie uns gerne mit der Übernahme anfangen. Pfizer hat ja Trillium übernommen und damit einen wichtigen Onkologie-Experten für sich gewonnen. Was bedeutet das für die Krebssparte? Wie wichtig ist Trillium für Pfizer? Ja, die Krebssparte ist für Pfizer enorm wichtig und das zeigt auch die enorme Summe, die man eben bereit war, um Trillium Therapeutics zu übernehmen. Man hat 2,25 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt. Das entspricht einem Preis pro Aktie von 18,5 US-Dollar. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass die Aktie eigentlich am vergangenen Freitag mit 6 US-Dollar auf den Handel gegangen ist, dann entspricht es einem Aufschlag von über 200 Prozent und die hätte man sicherlich nicht gezahlt, wenn man sich nicht zukünftiges Absatzpotenzial in der Sparte selbst ausgerechnet hätte. Aktuell öffentlich noch präsenter als die Krebssparte ist ja der Corona-Impfstoff. Der wurde jetzt vollständig zugelassen. Was bedeutet das für die Anleger? Ja, genau. Bis vergangenen Montag hatte man in den USA eigentlich nur eine Notfallzulassung. Jetzt hat man am Montag die langersehnte eben vollständige Zulassung bekommen und das hat vor allem Auswirkungen auf Angestellte anderer Unternehmen. Es gibt viele große Unternehmen in den USA, die möchten eben ihre Mitarbeiter zur Impfung verpflichten. Bisher konnten die Angestellten argumentieren, dass das Vakzin eben nur eine Notfallzulassung hat und sich eben dann nicht impfen lassen. Jetzt wird davon ausgegangen, dass diese Argumentationsgrundlage eben wegfällt, da das Vakzin eben eine vollständige Zulassung erhalten hat und entsprechend die Absatzzahlen dort steigen werden, weil sich natürlich viele Angestellte einfach dazu entschließen werden, sich doch impfen zu lassen, einfach um ihren Arbeitsplatz zu behalten. Was sagen denn die Analysten? Lohnt es sich aktuell noch, in Pfizer zu investieren oder ist die Party schon vorbei? Ja, da ist derzeit wie eigentlich bei allen Aktien von Impfherstellern so ein bisschen eine zwiegespaltene Stimmung im Markt. Es gibt da auf der einen Seite das Lager der Optimisten, die argumentieren, gut, die Impfstoffe, die werden uns noch über viele Jahre hinweg begleiten. Das führt natürlich dazu, dass das für die Aktien der Unternehmen beziehungsweise für die Impfstoffe herstellen, eben konstante Absätze in Zukunft bedeuten. Und dann gibt es aber auch das Lager der Skeptiker, die sagen, schaut euch mal an, wie die Aktien in den vergangenen Monaten gelaufen sind. Die ganzen Unternehmen, die sind überbewertet und wir rechnen eigentlich eher mit einer Korrektur. Von daher derzeit leider keine eindeutige Stimmung am Markt. Wie können Anleger denn in Pfizer investieren? Ja, genau. Aufgrund dieser zwiegespaltenen Stimmung im Markt eignen sich vor allem derzeit Hebelprodukte wie zum Beispiel Turbo Open End Options Scheine. Die Produkte, die haben den großen Vorteil, dass sie eben in zwei Versionen existieren. Sie haben sie einerseits als Call Produkte bieten wir sie an, wo sie als Anleger eben an steigenden Kursen der Pfizer Aktie partizipieren können. Wenn sie jetzt aber zum Lager der Skeptiker gehören und eben mit fallenden Kursen rechnen, dann könnten sie eben auch auf eine Put-Variante ausweichen. Gibt es weitere Vorteile und auch Nachteile? Ja, ein weiterer Vorteil ist sicherlich, dass sie eben über die Hebelkomponente, die in den Produkten drin ist, eben mit einem geringeren Kapitalansatz jetzt im Vergleich zum Direktinvestment in die Aktie eben überproportional an der Wertentwicklung partizipieren können. Bei den Nachteilen muss man natürlich in erster Linie vor allem auf die Knockout-Schwelle hinweisen. Also je nachdem, ob sie jetzt eben eine Long- oder eine Short-Struktur haben, beziehungsweise eine Call- oder eine Put-Struktur, wenn dann die Barriere von oben oder von unten durchstoßen wird, dann kommt es eben zum Totalausfall der Investition. Auch wie beim Investment in die Aktie direkt, weil sie in US-Dollar notiert und aber ihre Heimatwährung eben Euro ist, gehen sie auch in US-Dollar-Euro-Währungsrisiko ein und die Produkte haben emittenten Risiko. Gibt es außerdem noch etwas zu beachten? Ja, ganz wichtig ist natürlich vor allem bei der Auswahl des Hebels sollten Anleger darauf achten, dass der Hebel eben in beide Richtungen wirkt. Das heißt, sie partizipieren im Optimalfall natürlich überproportional an den Kursgewinn, aber ebenso sind auch überproportionale Verluste leider möglich. An welchen Anlegertyp richtet sich das Produkt denn dann? Ja, da müssen sie schon risikoaffiner sein und je mehr Risiko sie gehen wollen, umso höher kann dann natürlich der Hebel sein. David Hartmann, vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Das war die aktuelle Ausgabe der Anlageidee, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse, viel Spaß beim Investieren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020